So Leute, wir sind immer noch dabei, hier in dem schönen Level hier, die Kong-Buchstaben einzusammeln. Ja, ich hab mich schon ein bisschen blöd drangestellt im letzten Part, weil man da halt mit den Fässern sich schießen muss und... Wow, Gott! Und das alles nicht so einfach ist. Aber mal gucken, diesmal krieg ich das gebacken, hab ich schon mal gesagt. So, hier, zapp, zapp, zack, 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 zack. Und bams, und bams, und bams. So, jetzt direkt schießen. Das N ist ja kein Problem, das N ist ja voll easy, aber das G, das ist ein bisschen tricky. Von daher, muss man gucken jetzt so, zack, zack. Ja, okay, Gott, das war ganz knapp, ne, Leute? So, und... Ja, bolla. Gut, sehr gut. Mann, geht doch. Warum nicht gleich so, Mensch? Und ein Puzzleteil wieder verpennt. Naja, egal. Ha, Leute, LaSavanna, da sind wir in der Savanne. Savanna, LaSavanna, Lasagne, Yamaha, Yamiyama, was? Yamaha? Was laber ich für'n Scheiß? So, bevor wir natürlich zum Boss gehen, erstmal links und rechts die Löffel noch machen. So. 3A, swing dich durch, swing dein Ding. Uh, 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 uh. Ha, ha, ha. Ich bin mal gespannt, ob wir alles kriegen auf Anhieb. Weil das war ja grad ein bisschen peinliche Vorstellung mit den Buchstaben. Ich geb's ja zu, im letzten Part hab ich mich ein bisschen blöd drangestellt, aber zum Glück ging das ja jetzt grad ganz schnell hier. Also von daher, das hat keiner gemerkt, dass es so schlecht war im letzten Part. So, da oben gibt's Diddy Kong für mich. Dann gib mir mal meinen Diddy Kong bitte her. Äh, oh, den kann man gar nicht mitnehmen. Okay, Moment. Moment, war hier irgendwas? War hier was? Sieht nicht danach aus. Okay, war hier irgendwo was dafür? Nee, dann geh einfach drauf. So. Hier kann man viel swingen. Ah, hier muss man so mit Lianen so Sachen aktivieren und so, okay. Verstehe, verstehe. Wow, du Pinguin, du. Moment, was ist das hier? Okay. Komische Apparatschaften auf jeden Fall. Wow. Äh, okay. Alles nicht so einfach hier. Wow, ducken. Zerfarm. Ist da unten was? Oh yeah, Bonus. Sowas sehe ich komischerweise immer gleich. Das ist komisch, dass ich sowas nie verpenne, ne? Oder selten, sagen wir mal so. Da unten habe ich natürlich gleich eine Bannade verpasst. Scheiße, Mann, was soll's. Wir haben genug Zeit. Hoffe ich doch. Wow. Nein. Nein. Oh Gott. Nein. Okay, ich stelle mich gerade ein bisschen blöd dran. Ich gebe es ja zu. Das könnte nichts werden. Wow. Moment. Moment. Da unten noch die. Nein. 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 Scheiße. Das war knapp, Leute. Das war wirklich knapp. Das hat nicht mehr viel gefehlt gehabt. Auf jeden Fall. Naja. Egal. Was soll's. Wir wollen ja bloß kommen. Hoffe. Da ist das K. Wow. Muss auch einsammeln. So. Sehr schön. Eins und zwei. Und ganz viel Münzen. So. Was haben wir hier? Schönes. Ein Stern. Oh. Wie schön. Und ein Herz. Sehr gut. So. Ähm. Du kommst her. Und. Ah. Okay. Sau cool. Yeah. Hast aber jetzt schon das erste Puzzleteil verpennt. Weil ich es verkackt habe. Ein Bonuslevel. Aber. Man kann ja trotzdem ein paar einsammeln. Ist doch alles halb so Wind. Dann ist aber auch alles ein bisschen tricky hier. Wow. Okay. Ich glaube das ist das O. Äh. Bams. Okay. Alles ist cool. So. Bams. Kann man das kaputt machen? Oh. 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 Yeah. Oh. Bam. Oh. Okay. Bananas. Oh Gott. Die verschwinden. Leute. Die verschwinden. Die verschwinden. Das packe ich noch nie im Leben. Nee. Das. Nee. Das war. Das war ja voll unfair. Das war ja voll unfair. Nicht getroffen. Okay. Bams. Man schaltet aktivieren. Sie haben mal eine witzige Idee einfach. Witzige Idee. Und eins und zwei und doi. Wow. Moment. Ganz gechillt bleiben hier. Moment. Da oben ist doch gar nicht auch irgendwas. Herzilein. Moment. Da oben. Da oben gibt's ein Bonus-Level. Nee. Einen Puzzletailer. Wow. Okay. 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 Ähm. Moment. Yeah. Sehr geil. Haha. Voll drauf, Mann. Alles gleich durchschaut hier. Wow. Wow. Oh. Geil. Okay. Okay. Und Bams. Äh. Moment. Achso. Okay. Und fup. Und yeah. Und Ferb. So, ist hier irgendwas cooles drin? Hier könnte was cooles drin sein, ja? Nein. Moment. Bleib hier, Banana. Wow, Banana. Es ist einfach runtergefallen. Hahaha. Es ist einfach runtergefallen. So gut. Oh. Eine Banana. Komm zu mir. Bitte. Du hast eine Münze. Ist ja nicht, nicht gerade spektakulär. So. Moment. Äh. Was haben wir denn hier jetzt? Äh. Okay. So. Äh. Äh. Kann ich da oben drauf stehen? Ich wollte da oben drauf stehen. Das ging nicht. Schade. Ich dachte, ich kann vielleicht oben drauf stehen. Da habe ich mir wieder komische Sachen eingebildet, die nicht gingen. Naja. Was soll's. Wir haben ja hier noch ein paar Versuche. So. Fup. Wow. Gott. 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 Ich mache manchmal echt komische Sachen. So. Ey. Komm, Typie. Spring nochmal da runter. Das hat so witzig ausgesehen. Ach. Komm schon. Hahaha. Das sieht so geil aus. Wie er einfach runterfällt. So. Nummer eins. Und Nummer zwei. Und weiter geht's. So. Nummer eins. Nummer zwei. Und weiter geht's. Äh. Ah. Da oben ist das O. Äh. G. Nicht das O. Ist G. So. Wow. Scheiße. Was tue ich hier? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Bombs. Yeah, Leute. We did it. Und wir haben Kong gesammelt, weil wir cool sind. Weil wir cool sind. Oh yeah. Wir sind cool. Yeah. Aber es läuft eigentlich immer noch alles recht gut, muss ich sagen. Also. Ich habe mir das Let's Play teilweise problematischer vorgestellt. Ja, mit dem ganzen Kong sammeln und so. Mit den Geheimgängen und so. Aber es klappt bis jetzt alles recht problemlos. Hier. Ranken. Rumba. Das hört sich gefährlich an. Rankenrumba. Was ist ein Rankenrumba? Mann, die Namen werden immer merkwürdiger auf jeden Fall. So. Erinnert mich ein bisschen an dieses Ranken, also an dieses Dornen-Level. Bei Donkey Kong Country 2 am Schluss. Da gab es auch dieses Dornen-Level. Das, was ich mal betrunken Let's Played habe. Vielleicht erinnert sich irgendjemand daran. Ja. Falls sich jemand daran erinnern kann, wie ich damals Donkey Kong Country 2 betrunken versucht habe, dieses Dornen-Level zu machen. Dann, äh, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt mal, ja, weiß Bescheid. Weil das ist eigentlich voll cool. Und dann seid ihr wenigstens auch, dann seid ihr wirklich, welche schon lange dabei sind. Und wenn ihr es nicht kennt, dann müsst ihr es mal abchecken. Das ist echt voll witzig. Ich versuche in meinem total besoffenen Kopf da, ähm, das Level zu packen. Und es klappt einfach voll und ganz nicht. Also gar nicht. War aber ganz witzig. So. Das ist jetzt gar nicht schon zwei Jahre her, als ich es aufgenommen habe. Ich bin schon so lange Let's Player. Man spielt schon seit über zwei Jahre Let's Player, ne? Krasse Scheiße. Wow, 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 Moment. Da oben ist ja garantiert auch irgendwas. Nur eine Scheißmünze. Dafür macht man hier so eine Arbeit sich. Hertschilein. So, ist hier irgendwas Sinnvolles? Außer Bananas und einer Munze. Nein. Okay, dann spreng ich mich hier durch die Fäsche durch. Mit meinem Anglischer Akzent. Weil mein Anglischer Akzent ist der beste Akzent der Welt. Ach, Leute, mir fallen gerade so viele Sachen ein, die ich damals so gemacht habe. Erinnert sich auch noch jemand an den Stream, wo ich Englisch geredet habe? Mein perfektes Englisch-Speaking und so. Das war echt voll gut eigentlich. Also ich erinnere mich da echt ab und zu mal an so manche Sachen, die ich so gemacht habe. Die sind schon leicht fragwürdig, aber cool. Und das war auch cool. Ja, es ging echt schnell gerade. Das habe ich gar nicht irgendwie mitgekriegt. Ich habe nur A gedrückt ganz viel. Okay. Ja, aber... Pfeffer, wenn jemand das alte Let's Play kennt, wo ich betrunken dieses Dornen-Level von Donkey Kong Country 2 probiert habe. Wenn das jemand kennt, schreibt mir das in die Kommentare. Und falls jemand den Stream kennt, wo ich auf Englisch gespeakt habe, dann schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, ob das überhaupt noch irgendjemand kennt. Und das war... Das war... Das war... Okay. Das war so gar nicht geplant, aber es hat geklappt irgendwie. Da unten ist eine Banana. Ja, die habe ich doch gesehen, Leute. Die habe ich doch gesehen. Nicht mit mir. Ähm... 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 So. Bams. Banana. So, jetzt haben wir ein hier schönes... Okay, hier macht sich einen Weg... Wow! Okay. Moment, Moment, Moment. Komm her. Du dummes, dummes, dummes Vieh, ne? Eins, zwei, damn stone. Down. Okay, okay. Und so firm. Und so firm. Und wo bin ich hier eigentlich? Wow! Moment, hier ist noch was. Ein Puzzleteil hoffentlich. Wäre ganz cool eigentlich. Oh yeah! Okay, sieben von... Nein, nicht sieben von fünf. Das würde keinen Sinn machen. Fünf von sieben. So rum. So, Pinguin. Bananas. So, was ist hier? Hier ist Stacheln. Oh, das N. Okay, sehr cool. Okay. Und Bams. Ist das da oben noch irgendwas? Das sah doch schon so verdächtig aus hier. Yeah, Bonusland. Wuhu! Bonus Affenwelt. Und ich sing mal wieder mit. Wie fast immer. Yeah, yeah, yeah. Ich kann gar nicht anders. Ich muss einfach mitsingen. Oh yeah. Und da hinten ist noch Banana. Oh, gib mir Banana. Yeah. Und... Wunderschön, Leute. Wunderschön. So, ey. Uns fehlt nur noch ein Puzzleteil. Das könnte man ja mal packen, Leute. Das könnte man ja mal packen. Vielleicht. Wenn man Glück hat und so. So, alles schön. Einsammeln. Habe ich es eingesammelt? Nein, habe ich nicht. Nein! Wuhu! Gott. Ganz aufwendig zu flammibrisieren. Ja, das ist ein normales Wort. Flammibrisieren. Äh. Okay. Alles sehr tricky hier. Geh mal weg, du dicker Vogel. Oh yeah! I have Kong. Eins, zwei. Und Bams. Und Bams. Ah, Leute. Es klappt alles wunderbar. Wunderbar. Äh. Was zur Hölle ist denn hier los? Ähm. Bams. Und. Wow, 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 wow. Okay, Leute. Ist hier noch irgendwas? Ein Puzzleteil oder so? Nee. Schade. Yeah. Kann man eigentlich öfters als 15 Mal da dran schlagen? Weiß das jemand? Ich versuche immer öfters drauf zu drücken als 15 Mal. Aber es klappt nie. Also, falls ihr das wisst, ob man da mehrmals dran schlagen kann als 15 Mal, dann schreibt das auch mal in die Kommentare. Schreibt heute mal ganz viele Sachen in die Kommentare. Wäre doch mal voll cool. Ah, Leute. Ja. Voll cool. Jetzt ist der Part fast vorbei. Es lohnt sich nicht mehr, den Boss jetzt noch anzufangen. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir positionieren uns schon mal beim Boss. Oh, und unser K-Kong-Tempel-Level ist auch bereit. Sehr schön. Wir positionieren uns hier mal und checken mal nochmal die Extras kurz durch. So, wir haben nämlich hier neue Figuren. Diesen komischen Typ hier. Ist wunderbar. Und diesen komischen brennenden Vogel haben wir auch. Ui, das sieht aber cool aus. Frostgäule. Naja, ist schon klar. So, Bilder haben wir auch neue. Hier, Rambi. Oh, ist das schön. Ist das wunderschön. So, haben wir sonst was Neues? Musik, Dioramen. Die kriegt man erst bei den Kong-Tempeln, glaube ich. So, ja. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Optionen sind nötig. Statistik. Oh, yeah. Wir sind voll gut. Oh, yeah. Nur in einem Level alle Puzzleteile. Naja. Was soll's. Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Im nächsten Part machen wir den Savannensause. Die Savannensause. Den Boss von diesem coolen Level dieser Welt hier. Und ich glaube, das ist dieser ganz merkwürdige Boss, den ich nicht mag. Aber egal, dann machen wir trotzdem ein Blatt. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und tschausen.